Hallo meine Lieben, Willkommen zurück zu Minderballs und der Ektis-Story. Am Ende der 12. Episode haben wir ja gesehen, dass jemand verhaftet werden soll, aber wer und warum, das sehen wir jetzt in der 13. Episode. Oh. Das ist der Körnl. Oh, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Was sollen wir machen? Wir gehen von der Bühne oder wir bleiben? Wir bleiben auf der Bühne. Och, drausio. Oh, oh, this baby. Fuck. Fuck. I think this way What would we do? Oh no, Johanna and Kevin I think this way I think this way Oh no, she's on the ice Oh no! Oh no, she's on the ice Oh no! Oh no, she's on the ice 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017